ARD Text im Auftrag von Funk So, wir spielen das Ganze jetzt einfach mal Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Short-Hack-Tag Please keep in kind that this hack is still in its Alpha-Stages Everything, including this message, may change Okay, okay Mushroom Fields, schauen wir doch mal rein Und die Musik gefällt mir schon mal Oh Oh, ist die Steuerung toll Ist die Engine toll Also sie ist echt toll, die ist besser als bei Super Mario Bros Und ich habe langsam auch einen Hass gegen Super Mario Bros Warum, das werdet ihr noch früh genug sehen Allerdings nicht auf meinem Channel Es gab da eine nächtliche Aufnahme-Session Zu diesem Spiel Das werdet ihr auch noch sehen Aber auch nur zu dem Remake auf dem SNES Ich fand das jetzt echt cool Muss ich jetzt mal dazu sagen Was ist das denn für ein komischer Schluss? Was ist das denn für ein komischer Schluss? Okay Hier ist noch ein Secret Exit, glaube ich Ich will da jetzt nochmal reingucken Ding 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 Vor allem auch ungewöhnlich, dass bei Super Mario Bros die Gegner zu Münzen werden, ne? Also. Und vor allem ungewöhnlich, dass man zurücklaufen kann. Oh, guck mal da. Oh, guck mal da. So. So. Der Vorteil ist, hier können wir echt viele Münzen sammeln. So, die fällt, ne? Ja, die fällt auch. Alles klärchen, Leute. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ist das jetzt... ...ein anderes Ending? Ich hoffe es doch mal, dass das jetzt ein anderes Ende ist. Wenn nicht, müssen wir da nochmal rein. Ja, komm, machen wir später. Hier, jetzt erstmal Piranha Pipes. Ach, schön. Was ist das für ein Level aus Super Mario Bros? Oder ist das ein komplett neues? Ist das einfach komplett neu? Oder... Keine Ahnung. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ach, Leute. Ich finde den Hack toll. Muss ich jetzt echt mal sagen. Oh. Wer hätte damit denn jetzt gerechnet? Denn jetzt gerechnet? Ich hielt die Sprites, die Original-Sprites aus Super Mario Bros. Finde ich extrem genial. Muss ich jetzt echt mal sagen an dieser Stelle. Dübi-dübi-düba. 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 So, ihr zwei seid down. Oh, hoffentlich gibt's hier keine Hammerwerfer, ey. Das wär... Doofheit des Todes. Hey, hey. Das war gut. Das war gut, Leute. Das war gut. Ich find diese Schlusssequenz immer so cool. Weiß auch nicht. Die hat was. Oh, Mushroom Valley. Bing. Bing. Da, da, da. Jumpson, Jumpson. Komm her, du. Dich nehm ich mal mit hier. Und, äh, ja. Einfach nur, weil ich's kann. Moin, 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 moin. Wir können auch nicht spinjumpen. Das, äh, ist, äh, leider deaktiviert. Was heißt leider? Also, äh, konntest du ja beim Original auch nicht. Also, von daher. Aber, was man immer noch kann, ist, nur zwei, ähm, Feuerbälle verschießen. Das war jetzt geraten, dass man da rein kann. Also, echt jetzt. Ähm, ah, ah. Ich wollt schon sagen, willst du mich jetzt gefangen halten? Hier drin? Was haben wir denn jetzt noch hier? Hey! Das erinnert mich eher so an Super Mario Bros. 2. Diese Stelle. Ich weiß auch nicht, warum. Ich will wissen, ob da oben noch was drin ist. Ja, okay. Hier ist nichts mehr. So. Wow, lag. Lag of doom, das ist nicht so schön. Ah, 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 anzusehen. Lag of doom, das ist nicht so schön. Ah, 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 anzusehen. Lass mich raten, hier hinten ist dann wieder die Röhre. Jo. Also, haben wir nicht viel geskippt? Ich wollt jetzt nur gucken, was wir geskippt haben. Wow, lag of doom. Da, ba, da, biep, biep. Guck mal, wir haben da eine Fahne im Rücken. Boing, boing, boing. Ach ja, Bowser's Time Machine. Was ist denn jetzt mit Bowser's Zeitmaschine? So, bevor wir in Bowser's Fortress gehen, würde ich gern nochmal hier in die Mushroom Fields, weil ich hab das Gefühl, ich weiß, wo, ähm, das Secret Exit ist. Und zwar ist das hier drin. Dübi, dubi, dubi, dubi. Dübi, dubi, dubi. Dübi, dubi, dubi. Dübi, dubi, dubi. Dübi, dubi, dubi, büb, büb. Büb, 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 büb. Duba, duba, duba. Duba, duba, duba. Huba, huba, bubba. Oh, Mann. Ich mag die Musik echt. Also... ...is jetzt nicht so, als würde ich die Musik nicht mögen. Ganz im Gegenteil. Oh Hier gibt es ja noch ein kleines Secret für uns Sehr schön Aber Das Secret interessiert mich nicht Ich will Hier hoch Da komme ich nicht hoch Kann ich nicht schneller rennen? Okay Da ist noch eine Blume Ist doch irgendwo noch ein Secret Exit, oder? Oh Ja, da kommst du so nicht rüber Okay, Leute Ich mache hinten weiter Ist ja gut Habs verstanden So Oh mein Gott Oh mein Gott War das gemein War das gemein Boah, war das gemein Ja 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 Oh, geh mal her Das ist sehr gut Komm Mario, das schaffst du Das schaffst du Komm, das schaffst du Mario Komm Ja Hallo Hallo Das ist viel Coopers, ey Aber ich bin noch groß Tja, Bowser Damit hast du nicht gerechnet, wa? Dass dir Mario einfach mal voll in den Arsch tritt Und Ja Damit hast du echt nicht gerechnet, wa? Time Machine Oh Attention Koopas I have broken this time machine So Mario can't follow me The only way to fix it Is from inside Don't let Mario fix it Okay Attention Koopas To fix the time machine Get to the bottom And clean out the core Don't let Mario Is already there Isn't he? Äh Das Leben nehme ich noch mit Äh, aua Warum kommst du wieder aus deinem Häuschen raus? Huch Oh man Oh, noch ein Leben Das ist gut Hey Na? Wow Äh Ja Muss ich die jetzt alle töten, oder was? Oder muss ich mich jetzt für eine Seite entscheiden? Ne Ey, Moment Das ist gemein Wenn sich der, äh Wenn der Emulator einfach Minimiert wird Hä? Attention Koopas I have broken this time machine Wenn ich hier jetzt wieder rausgehe Hä? Okay, nochmal Nochmal, Leute Ich hab das irgendwie noch nicht so ganz kapiert So 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 Na, komm mal mit Na, 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 na Jetzt gehen wir mal hier hoch Aua So, jetzt gehen wir mal links Ach, links geht gar nicht Okay So Ah Mache, was ist mit dir los? Da hat jemand vergessen Das So Was war denn das jetzt? Äh, äh, äh End of Demo Uh Bap Du 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 Also hier ist noch sehr viel Arbeit, äh Zu tun Muss man ja mal sagen This is the end of Demo Also muss ich sagen Hat mir gefallen Die Idee gefällt mir Dass Mario durch die Zeit reisen kann Äh Alles klar, Leute Ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Short-Hack Und bis denn Sagt euer Mr. Mr. Nightworks Chosen Tidili 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 Tidili